So bestehlst du deinen naiven Nachbarn mit Hilfe von Union und FDP. Ich erkläre dir jetzt, wie du deine naiven, möglicherweise rechten Nachbarn mit Hilfe von Union und FDP um zehntausende Euro erleichterst. Wir haben jetzt lange genug versucht, mit Argumenten rechtskonservative, liberale oder sogar rechtsextreme zu überzeugen. Wir haben gezeigt, dass Wärmepumpen günstiger sind als Gasheizungen, dass mit Wasserstoffheizen eine ganz schlechte Idee ist, dass E-Autos weniger Wasser verbrauchen als fossile Autos und vieles, vieles mehr. Aber das Problem ist, dass es jetzt einen Kulturkampf gibt, in dem Fakten nicht mehr zählen. Wenn die fossile Presse schon wieder umhergeht und Wärmepumpen als Entfremdung vom Feuer verkauft, oder rechtsextreme Medien, kein Scheiß, buchstäblich fantasieren, dass Wärmepumpen Häuser explodieren lassen, dann erkennt man, dass sich die Gegenseite in eine Alternativwelt verabschiedet hat. Es wird nur noch eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von zwei Lagern, die verfeindet sind. Um das klar zu machen, diese Geschichte ist falsch. So war es auch schon bei Corona und auch bei vielen anderen Themen. Wir haben stets versucht, die Lügen zu widerlegen, die aktiv deinem Leben schaden würden. Wir wollen dir helfen. Trotzdem wurden wir als Feind gebranntmarkt. Man hat uns gedroht, angegriffen, Lügen über uns verbreitet, Morddrohungen geschickt. Und genau so ist es jetzt in der Klimadiskussion. In dieser falschen Erzählung haben Menschen, die die Klimakatastrophe ernst nehmen, angeblich finstere Absichten, sind Teil von Netzwerken, wow, und wollen aus irgendwelchen Gründen die alles wegnehmen und, und, und außerdem haben sie sechs Geschlechter. Wie will ich jetzt das denn? Sie, die anderen, sie sind böse und du bist gut. Das wird der Zielgruppe eingeprügelt. Und das hat überhaupt nichts mehr mit der Diskussion darüber zu tun, wie wir mit unseren Problemen umgehen. Das sind Scheindebatten, Ablenkungen, um Feindbilder zu zementieren. Welche Probleme soll dieses Freund- und Feinddenken denn lösen? Letztlich geht es mir vor allem darum, dass es bei mir auch nicht irgendwann mal so aussieht, wie im Ahrtal im vorletzten Jahr, als die Menschen dort schwer von einer Hochwasserkatastrophe getroffen wurden. Solche Katastrophen werden laut wissenschaftlichen Untersuchungen durch den Klimawandel wesentlich wahrscheinlicher gemacht. Oder dass unsere Lebensmittelpreise wegen Dürren steigen. Oder dass meine Kinder von mit fossilen Gewinnen finanzierten Söldnerarmeen ermordet werden, wie das ohne Scheiß gerade in der Ukraine der Fall ist. Das russische Unternehmen Gaspom, das früher mal weite Teile der deutschen Gasinfrastruktur besessen hat, soll jetzt Söldner in der Ukraine bezahlen. Und ich soll jetzt brav weiter mit Gas heizen. Das ist doch irre. What the fuck? Aber was rede ich da? Die rechten Kulturgämpfer glauben mir sowieso nicht. Deshalb erzähle ich heute mal eine andere Geschichte. Wer glauben will, dass ich der Böse bin, der glaubt diese Geschichte vielleicht eher. Und die geht so. Heute beschreibe ich, wie du deine Nachbarn um eine fünfstellige Summe erleichtern kannst. Und zwar mit Gesetzen, für die besonders Union und FDP werben und die sie maßgeblich mit eingeführt haben. Alles, was du dafür tun musst, ist möglichst erneuerbar zu heizen und dir keinen neuen Verbrenner zu kaufen. Und ganz wichtig, deine Nachbarn darin zu bestärken, das Gegenteil zu tun und die ganzen Fake News über Wärmepumpen, Windräder und die Grünen, die von Rechten verbreitet werden, ihnen auch noch einzureden. Richtig gehört. Wir Woken können richtig viel Geld verdienen, wenn möglichst viele unserer naiven, rechtskonservativen Nachbarn an fossilen Heizungen und Verbrennungsmotoren festhalten. Je mehr, desto besser. Ihr wollt keine Verbote und Zwänge? Sehr gut. Du willst die ganzen fossilen Lügen glauben? Okay. Dann lass uns jetzt mal bewusst ganz egoistisch handeln und diese Paranoia für uns einfach ausnutzen. Emotionshandel Im Gegensatz zu ordnungsrechtlichen Gesetzen, die beispielsweise über Verbote von Verbrennungsmotoren oder fossilen Heizungen funktionieren würden, läuft der Emissionshandel über einen Marktmechanismus. Deshalb sind Union und FDP auch große Fans davon. Kein Zwang und so. Dabei wird vorher festgelegt, wie viel CO2 ausgestoßen werden darf, entsprechend viele Zertifikate ausgegeben und darüber hinaus darf man nichts mehr ausstoßen. Für die Ziele Deutschlands heißt das konkret eine Reduktion um 40% im Bereich von Gebäuden. Und der Markt führt dann dazu, dass der Preis so lange bis ins Unermessliche steigt, bis dieses Ziel erreicht wurde. Wir wissen, dass das funktioniert. So hat Deutschland in der Gaskrise im letzten Jahr streckenweise etwa 20% Gas eingespart. Vor allem durch die hohen Preise. Wenn es irgendwann so teuer wird, zu teuer, hörst du halt auf zu heizen. Oder du suchst dir eine Alternative. So viel zu ohne Zwang und so. Aber das trifft dann alles letztendlich den Verbraucher. Denn die Gaslieferanten, Kohlelieferanten oder Unternehmen der Mineralölindustrie müssen dann halt diese Verschmutzungsrechte in Form von Zertifikaten kaufen. Das heißt, wenn die teuer sind, wenn die Zahl der Zertifikate knapper wird, aber niemand auf erneuerbare Energie umgestiegen ist, weil sie die fossile Propaganda geglaubt haben, dann steigt der Preis massiv an. Das Mercator Forschungsinstitut schreibt dazu, Ohne umfassende Förderprogramme, Verbote oder Standards, die auch in den Bestand von Fahrzeugen und Gebäuden eingreifen, sind im Jahr 2030 Preise zwischen 200 und 300 Euro pro Tonne CO2 denkbar. Dies würde dann zu Preissteigerungen von Kraft und Brennstoffen führen, die in ähnlichen Umfang wie in der Gaskrise 2022 liegen. Und diese Unternehmen werden diesen hohen Preis dann entsprechend an die Kunden weitergeben. An dich. Das führt laut Mercator Center zum Beispiel zu diskontierten Mehrbelastungen über einen Zeitraum von 20 Jahren von 16.000 Euro bei Gasheizungen, büchstweise 23.000 Euro für Ölheizungen bei Einfamilienhäusern auf dem Land. Also, tausende Euro mehr kosten langfristig. Für Verbrennerautos sind das etwa 10.000 Euro über 20 Jahre. Auch ganz ohne Verbote wird. Auch mit Plänen, die gerade Union und FDP befürworten. Fossil heizen und fahren verdammt teuer. Diese Zahlen machen sehr deutlich, warum es heute bereits keinen Sinn mehr macht, neue Verbrenner zu kaufen oder in Gasheizungen zu investieren. Der Unterschied im Kaufpreis wird bald locker wieder reingeholt werden. Nur sind diese Preissteigerungen über den Emissionshandel eben politisch gewollt. Auch von Union und FDP. Aber irgendwie erzählt dir das keiner. Den meisten Unternehmen in der Industrie ist das auch längst vollkommen klar. Beispielsweise will der größte Heizungsbauer Deutschlands ganz aus der Gaspoiler-Geschäft aussteigen und wechselt auf Wärmepumpen. Keine Öl und keine Gasheizungen mehr. Weil, Zitat, das wird sehr teuer werden, sagt der Geschäftsführer. Auch die meisten Autokonzerne stellen den Verkauf von Verbrennern ein und das weit vor dem Ausstiegsdatum, welches die EU beschlossen hat. Auch ausländische Unternehmen werden einen CO2-Preis zahlen müssen, wenn sie in der EU was verkaufen wollen. Es ist eigentlich allen klar, dass der Ausstieg kommen wird. Dass fossile Technologien keine Zukunft mehr haben. Nur den Wählern wird was anderes erzählt. Und dabei kräftig in die Fake- und Kulturkampfkiste gegriffen. Und so profitieren wir von den Trödlern und denjenigen, die auf fossile Propaganda hereinfallen. Denn unermesslich hohe Preise, das klingt erstmal doof. Und auch schon nach Zwan, aber andere Geschichte. Nur im Gegensatz zur Gaskrise landet das Geld dann nicht in den Taschen der fossilen Industrie. Ich möchte daran erinnern, Exxon, BP, Shell, RWE oder Vattenfall haben alle Rekordgewinne im letzten Jahr gemacht. Die fünf größten Ölfirmen weltweit verzeichneten Rekordgewinne und machten einen aufsummierten Profit von 200 Milliarden Dollar. Profit? Nein. Bei hohen Preisen durch Emissionshandel, die werden umverteilt. Der Plan der FDP sieht zum Beispiel ein Klimageld vor, was dann wieder an die Bürger ausgezahlt wird. Laut Mercator sind das über die nächsten 20 Jahre bis zu 5000 Euro pro Person für Durchschnittsverdiener in Single-Haushalten. Und bis zu 20.000 Euro für Haushalte in Einfamilienhäusern. Geld, das du vom Staat zurückbekommst. Für die meisten Menschen heißt das, dass der Emissionshandel keine Mehrbelastung darstellt. Denn das Geld kommt dann ja wieder zurück. Das schreibt auch Mercator. Vorübergehend kann dieser Betrag die Mehrkosten durch die CO2-Bepreisung teilweise oder sogar vollständig kompensieren. Wer smart handelt, den treffen die hohen Kosten dann halt nicht so sehr. Denn das Ganze geht auch davon aus, dass die meisten Menschen sich fiskalisch vernünftig verhalten werden und keine neuen Verbrenner kaufen werden und keine neuen Gasheizungen einbauen, auf denen sie dann ewig lang hocken bleiben, sondern stückchenweise und über die nächsten Jahre hinweg auf erneuerbare Technologien umsteigen und sich so vor den hohen Kosten retten. Nur reden Parteien wie die Union und die FDP oder Medien wie der Axel Springer Verlag mit Welt und Bild ihren Wählern und respektive Lesern aktuell wirklich das Dümmste ein, was man sich vorstellen kann. Als ob sie ganz einfach weiter mit Gasheizungen mit nicht vorhandenem Wasserstoff oder Verbrennern mit nicht vorhandenen E-Fuels weiter betreiben könnten. Dass Wärmepumpen dir nachts auflauern und dich überfallen oder was sie sich als nächstes einfallen lassen, nur um die Angst zu machen. Technologie offen. Nur, sowohl Wasserstoff als auch E-Fuels gibt es halt noch nicht in Marktreife. Da fehlen noch Milliarden an Investitionen, die auch noch irgendjemand bezahlen muss. Im Zweifel halt die Endkunden, im Zweifel halt du. Und sie kommen sowieso viel zu spät. Bis man mit dem Wasserstoff heizen kann, ist der Gaspreis schon ins Unermessliche gestiegen. Abgesehen davon, dass es schon rein physikalisch und mal zwangsläufig schlechter sein wird, deine Wärme oder deinen Transport über Umwege mit Verlusten zu betreiben, anstatt einfach direkt. Das heißt, naive Leute, die auf diesen fossilen Kulturkampf und die Fake News hereinfallen, finanzieren dann bald unser Klimageld. Weil sie auf Propaganda von Axel Springer und Co. hereingefallen sind. Und sie finanzieren die potenziellen Wasserstoff- und E-Fuels-Investitionen der Industrie. Aber das Gute für uns, je höher der CO2-Preis am Markt ausfällt, desto mehr Geld steht dann logischerweise fürs Klimageld zur Verfügung. Mehr Geld für uns. Das würde ich sagen, wenn ich ein Feind wäre. Denn es wäre eigentlich in meinem Interesse, die Trödler zu bestrafen, zu sagen, Ja, kauf dir einen Verbrenner. Das gibt bestimmt bald E-Fuels. Nein, hör nicht auf die bösen Grünen. Kauf dir keine Wärmepumpen. Die ist super gefährlich und sie, sie, sie explodiert. Ich muss jedes Mal lachen. Denn wenn ich dir etwas Schlechtes wollen würde und wenn es mir nur ums Geld ginge, wäre es ja gut, wenn mehr Leute auf die fossilen Lügen hereinfallen. Je mehr Leute auf die Grünen schimpfen und sich aus Trotz noch abhängiger von Fossilen machen, desto besser für mich. Wir kriegen dann mehr Klimageld und wir lachen sie dann wegen ihrer hohen Kosten aus. Aber wir sind nicht eure Feinde. Verbreiten wir denn diese Lügen, um von dir zu profitieren? Nein, das macht der Axel Springer Verlag mit Bild und Welt. Das erzählen FDP, das erzählen CDU-Politiker. Nicht vergessen, Bild und Welt gehören dem Axel Springer Verlag. Der gehört zum einen dem Milliardär Matthias Döpfner, der meinte, der Klimawandel wäre gar nicht so schlecht und der seine Zeitungen für gezielte Beeinflussungen der Öffentlichkeit im Wahlkampf nutzt. Please stärke die FDP oder auch zu Teilen KKR, eines der weltgrößten Private Equity Firmen, die noch in fossile Energie investieren. Die profitieren dann auch ganz gehörig davon, wenn Menschen noch möglichst lange warten mit dem Umstieg auf Erneuerbare. Diese Leute versuchen, uns als Feindbild aufzubauen, damit du die Wahrheit nicht erfährst. Damit du nicht für dich selber denkst. Wir wollen dich aufklären, dir helfen, Geld zu sparen und nebenbei den Planeten zu retten. Alles steigen aus fossilen Energien aus. Die großen Unternehmen wissen das, aber du sollst dazu gebracht werden, noch bis zuletzt die fossile Kasse zu füllen und dann den steigenden CO2-Preis zu bezahlen, den Union und FDP selbst am dringendsten fordern. Und den teuren Wasserstoff sollst du auch noch bezahlen. Fake News und Desinformationsverbreiter würden dich zum Zahlschaf der Nation machen, anstatt auf reale und marktfreie Technologien zu setzen, die es schon gibt. Solarenergie und Wärmepumpen werden jedes Jahr besser und billiger. Der CO2-Preis steigt am Anfang noch langsam, also es muss jetzt nicht überstürzt gehandelt werden. Aber lass dich nicht von fossiler Propaganda verarschen. Je früher du aus fossiler Energie aussteigen kannst, desto besser für deinen Geldbeutel. Und halt auch für deinen Planeten, aber hey, okay. Und liebe Union, liebe FDP, der Emissionshandel kann eigentlich ein klasse Instrument für den Klimaschutz sein. Gut, dass ihr euch dafür einsetzt. Er funktioniert aber nur, wenn auch den WLAN klar ist, dass er funktioniert. Und wie er funktioniert. Ihr müsst euch entscheiden. Seid ihr für den Klimaschutz? Wenn ja, dann sollte man seine Wähler aber vielleicht nicht mit Desinformation in eine Kostenfalle laufen lassen. Nur um in Umfragen ein paar Stimmen dazu zu gewinnen und am Ende sowieso nur die rechtsextreme AfD zu stärken. Sonst könnte man auch noch denken, ihr denkt eher daran, dass es fossilen Konzernen besser geht und nicht den Bürgern. Also, bitte, versucht nicht, auf Kosten unserer Mitmenschen Kasse zu machen. Wir wollen nicht, dass es anderen schlecht geht, weil sie auf Lügen hereingefallen sind. Und wer das auch nicht will, teilt vielleicht dieses Video oder unseren dazugehörigen Artikel. Danke, ich bin Thomas Laschig von Volksverpetzer. Wie immer freuen wir uns über konstruktive Kritik und nein, Mordbogen nicht dazu unter unseren Kommentaren. Wir freuen uns auch, dass ihr unsere Beiträge liked und teilt und uns auch überall sonst folgt. Wir sind auf fast allen Plattformen. Und wem das einfach viel zu viel ist, uns gibt es auch als App. Die Volksverpetzer App findet ihr einfach im Store und da verpasst ihr dann keine Beiträge, keine Sharepicks, keine Artikel, keine Videos. Memes gibt es dort auch. Auch die Möglichkeit, Fakes zu melden und ganz bequem Faktenchecks zu finden. Des Weiteren, wir sind komplett unabhängig, gemeinnützig und werden von Crowdfunding finanziert. Das heißt, wenn ihr mehr solche Videos oder unseren anderen Content haben wollt, freuen wir uns über eure Unterstützung. Links sind alle in der Beschreibung. Dankeschön. Vielen Dank.